Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind beim 50. Part angekommen. Es ist ein krasses Jubiläum. Wir sind jetzt auch schon fast ein Jahr dabei. Noch nicht ganz, aber nur noch ganz wenige Parts, da sind wir schon ein Jahr dabei. Und das ist einfach nur krass, okay? Also wer hätte gedacht, dass das alles hier so krass funktionieren wird und dass immer noch relativ viele Menschen dabei sind. Und das ist einfach... Es ist krass für mich, okay? Ich möchte mich bei allen hier bedanken, die reingeschaut haben und die auch noch weiter reinschauen werden. Das Speedbild zum neuen Haus habt ihr doch sicherlich schon gesehen. Wenn nicht, dann guckt euch das an. Ich werde das am Ende vom Video verlinken. Und jetzt gibt es, wie Melody aussieht. Denn die hat natürlich ein Makeover bekommen, denn wir haben im letzten Part das 40. Kind bekommen. Und dafür gab es natürlich wieder ein Makeover. Und ihr habt ja entschieden, dass sie kurze Haare kriegen soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist so toll geworden. Ich schreie einfach. Wir sind auf jeden Fall hier. Hallo? Also ich habe gedacht, diese Frisur ist vielleicht noch ganz süß so. Und die passt halt besonders irgendwie zu ihr, finde ich. Ich weiß es nicht wieso, aber ihr steht alles, okay? Aber das sieht halt schon echt cute aus. Und oh mein Gott, ich liebe sie einfach so sehr. Und das ist ihr Outfit für den Alltag. Und ich finde es echt cool, weil es hat schon ein bisschen Mami-Look, aber trotzdem ist es so ihr Stil geblieben. Und wie ihr seht, hat sie ein neues Tattoo bekommen. Ja, das war, also ich dachte, das wäre cool. Deswegen dachte ich so, okay, nehmen wir das. Und ja, ich finde, das passt sehr, sehr gut zu ihr. Dann gucken wir uns die Abendkleidung an. Da hat sie die Haare nochmal ein bisschen anders. Ein bisschen rockiger, ein bisschen mehr in so einem Stil halt, wie sie halt immer ist. Ein bisschen mehr nicht unbedingt sexier. Also schon irgendwie ein bisschen, aber anders. Also sie ist natürlich jetzt auch schon älter. Sie wird, wenn sie 50 Kinder bekommen hat, hat sie auch Geburtstag übrigens. Das ist mein Plan. Und dann ist sie Erwachsene, okay? Und dann, ja, dann so langsam bewegt sie sich natürlich in das Alter, wo sie halt auch mal eher sowas vielleicht trägt. Aber wie gesagt, ihr steht alles, deswegen ist es eh egal. Sie ist wunderschön. Ihre Sportkleidung finde ich auch sehr, sehr süß. Ist ja sehr, sehr schlicht. Aber ich wollte unbedingt, dass man das Tattoo sieht. Und ja, kann man tragen auf jeden Fall. Zum Schlafen macht sie ihre Zöpfe auf und schlägt einfach eine Unterwäsche diesmal. Einfach so, weil sieht schön aus und ist aber trotzdem nicht zu sexualisiert, als dass man sich nicht so vor seinen Kindern zeigen könnte. Weil das ist ja aber ein Ding, wieso sie halt sonst andere Sachen zum Schlafen getragen hat. Aber ich finde, das ist okay. Das finde ich nicht so schlimm, wenn man die Mutter so sehen würde. Deswegen akzeptieren wir es einfach. Die Partykleidung, wo man halt nochmal genau sieht, wer ist sie eigentlich? Denn das ist einfach, das ist Melody, wie man sie kennt, ne? Das Make-up habe ich nur ganz minimal verändert von dem, was es bei der letzten Party, beim letzten Party-Outfit gab. Ja. Und es hat so was Süßes mit dem Joker und so. Aber halt auch eben dieses, ja, dass der Rock halt relativ kurz ist und so. Und dann halt die Boots und so. Also keine Ahnung, es ist halt sehr, sehr cool. Ich finde, es passt sehr, 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 sehr gut zu ihr. Dann ihre Schwimmkleidung hat sie einfach einen neuen Badeanzug bekommen, den ich auch sehr, sehr schön finde. Ihre Sommerkleidung finde ich auch sehr, sehr süß. Die Schuhe hat sie, glaube ich, sogar behalten. Die hatte sie vorher auch. Aber ich dachte, ein Kleidchen ist eigentlich ganz süß. Und das ist ihre Winterkleidung. Ich fand, ich wollte unbedingt diese Puffer-Jacket haben. Und, ähm, ja, hab mich halt dann dafür entschieden. Und halt einfach eine Mütze. Und das sieht sehr, sehr süß aus. Und ich liebe sie so sehr und ich freue mich so, 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 so sehr, jetzt mit ihr zu spielen. Dann können wir uns nochmal kurz das Haus angucken, denn das sieht so aus. Und, ja, von außen, ne, ist halt ganz nett. Wir haben sehr viel Geld gerade. Das ist halt schon heftig. Also wir können uns wahrscheinlich alles leisten. Hier haben wir dann halt erstmal Küchenbereich und so und Essbereich. Ich hoffe, man kann hier überall hin und da sitzen und so. Aber müsste eigentlich gehen. Ich hab's noch nicht getestet. Sonst muss ich das halt vielleicht nochmal ein bisschen ändern. Aber wird schon irgendwie passen. Badezimmer ist direkt, wenn man reinkommt. Dann ist hier Wohnzimmer, was sehr viel kleiner ist als das alte Wohnzimmer. Was natürlich ein krasser Umschwung ist zu dem, was wir halt einfach davor hatten. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Da ist das Kleinkinderzimmer. Dann ist hier hinten Melodies Zimmer. Was sehr, sehr ähnlich einfach aussieht. Weil es sind dann einfach fast dieselben Möbel so. Deswegen, ich find's immer noch sehr, sehr schön. Deswegen, I like it. Und da kommen halt dann immer die Kinder hin. Das ist halt angenehmer. Der Schrank, der Techno-Mächelschrank, den hab ich halt weggelassen. Weil der hat hier einfach nicht schön reingepasst, fand ich. Und deswegen hab ich mich einfach dagegen entschieden. Und hier draußen kann man halt hier chillen. Und hier ist wieder unser Schachtisch. Und hier ist die Schaukel. Muss man halt von hier aus dahin. Da sind auch die Grabsteine. Ich hoffe, es werden nicht unbedingt mehr, weil das wäre ein bisschen doof. Wir haben einen sehr viel kleineren Pool. Aber ich dachte so, besser als gar nichts. Das Bällebad ist natürlich immer noch da. Swimmingpool da auch. Und wir haben jetzt so ein kleines, so ein kleiner Raum, wo man halt unsere ganzen, wo man die ganzen Fähigkeiten einfach lernen kann. Und wenn wir noch weitere Sachen haben können, können wir die auch einfach da reinstellen. Also das ist einfach so ein Ramschraum in Anführungszeichen. Oben gibt es natürlich nochmal hier ein Badezimmer und die Kinder- und Teenagerräume für die Mädchen und für die Jungen. Und ja, die haben natürlich auch nochmal, die haben hier hinten einen kleinen Balkon mit dem Whirlpool. Und hier hinten haben die auch noch einen kleinen Balkon. Und euch scheint das Haus auch gut zu gefallen. Und das finde ich toll, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und ja, genau. Und wir beginnen jetzt ins Spiel. Und gucken mal, was wir hier so tun können. Außerdem habe ich mir aufgeschrieben, dass das Baby am Mittwoch altern soll. Und es ist schon Mittwoch. Na dann, machen wir das mal eben, ne? Hä? Okay. Ich akzeptiere es einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passt. Aber wir werden es einfach tun. Und dann werden wir gleich jemanden einladen, um wieder ein Baby zu machen. Hallöchen. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist wild. Ich hätte gerne mal wieder ein Kind, das independent ist. Aber okay. Warum eigentlich nicht? Wir begeben uns einfach direkt in den Kreative Sim. So, das Kind kann sich ja direkt um sich selber hier kümmern und ein bisschen brabbeln lernen. So, und für sie suchen wir jetzt einen Typen. Ist hier irgendwer? Wer bist du? Hallo? Hallo? Hey. Du bist ein Pizzalieferant. Wer bist du? Thomas Seey. Bist du vergeben? Kann ich mit dir eventuell was anfangen? Vielleicht. Ah, das ist unser Kind. Hi. Oh. Sie hat Pickel. Okay, wir fühlen uns gut. Im Bett rumschmusen. Da sind wir ja direkt dabei hier. Wir werden ihn einfach mal direkt betören und dann wird das schon anders funktionieren. Er ist direkt rot geworden. Richtig süß, ey. Und der erste Kuss ist dabei. Mua. Like always. Halt, stopp. Frage von Zoe. Hören? Nein? Du hast gar nichts zu melden hier. Ich habe noch Dinge mit dir vor, mein Lieber. Es ist nicht okay, dass du jetzt weggehst. Ich muss los. Halt's Maul. Du bleibst jetzt bei mir. Hier im Bett rumschmusen, meinetwegen. Warum kommen die da nicht hin? Was ist denn deren Problem? Äh, Baby machen. In der Dusche, meinetwegen. So, und jetzt macht einfach. Let's go. Äh. Ihr habt keine Zeit mehr. Halt's Maul. Warum bist du draußen? Hör auf damit. Deine Mutter versucht ihr, ein Kind zu zeugen, ja? Das ist wichtig. Warum glitschen die die ganze Zeit? Hallo? Könnt ihr nicht einfach ein Kind zeugen? Oh mein Gott. Ich raste gleich komplett aus. Jetzt macht ein Kind. Los. Wieso ist da immer kein Platz? Was willst du denn eigentlich von mir? Selbsthechte möchte. Warum? Ich kann hier aber auch immer nicht auswählen, dass ich mit dem das haben kann. Oh, ich versuch's aber später nochmal. Wir können ja jetzt einfach mal versuchen, ihn nochmal anzurufen. Und dann gucken wir mal, ob das dann funktioniert. Wenn er nicht mehr als Pizzabote unterwegs ist. Romantik, äh, Baby machen. Wo ist mir egal. Okay. Sie fragt. Klappt es jetzt? Ja? Ja! Oh mein Gott. Sie gehen auf jeden Fall dahin. Das ist gut. Erstes Test, er möchte in einem neuen Haus. Oh, ja. Erstes Mal. Ich glaube nicht. Dann mal aufmachen. Schwangerschaftstest. Let's go. Yeah. Und er kann einfach just go away in. Das Family-Leben. Alle sind traurig, stinken und reden nicht miteinander. Normal. Oh. Ich hasse das. Warum wird das immer als Elektrogerät angesehen? Außerdem. Achso, nee. Ich dachte, da wäre auch schon noch ein Dach drüber. Ah, naja. Willst du mich verarschen? Ich hab gar keine Meldung dafür bekommen, dass er Einsatzschüler ist. Das kann doch nicht sein. Diese Spiel macht mich fertig, ey. Wieso gehe ich dafür in den Baumodus? Bin ich dumm. Alles Gute zum Geburtstag. Kunstliebhaber und musikalisches Genie. Yeah. Er hat den Hoodie. Ich wollte ihn schon immer mal benutzen. Er wird gemobbt. Wow. Als ob er jetzt nicht zur Schule muss. Oh mein Gott. Ja, mach deine Hausaufgaben. Ist vielleicht sinnvoller. Ich style ihn übrigens dann jetzt privat um, weil ich nehme nur noch ein paar Minuten auf und das wäre dann wieder dieses, oh, dann kommt danach direkt Abmoderation. Das finde ich immer doof. Deswegen machen wir das einfach. Also ihr seht das dann einfach das nächste Mal. Und ihr lernt fleißig. Oh, jas. Geld. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber egal. Ich hätte halt gerne einen Putzbord. Deswegen brauchen wir noch ein paar Mechanismen. Nee. Ja, doch. Mechanismen. Und dann, ja, können wir uns hier so einen herstellen. Wäre halt cool, ne? Altmaterial brauchen wir auch. Aber, ja. Das werden wir schon noch zusammen kriegen. Schon wieder Post. Pff. Wow. Ich habe dir im Grundstück noch nicht mal hier diese ganzen Sachen gegeben. Ich wundere mich, wieso das hier alles so langsam voranläuft. Ach man. Noch eine Einser-Schülerin und du bist Zweierschüler. Das ist cool. Was macht sie denn für ein Move, Alter? Wow. Oh, sie ist krank. Uff. So, alles Gute zum Geburtstag und so. Wie immer. Dann machen wir wieder Geburtstagskerzen drauf. Wir brauchen das. So. Du bist eine Hundefreundin. Und du willst Meistermixerin werden. Ah, süß. So. Und damit endet dieser Part auch wieder. Ich denke, wir haben einiges irgendwie geschafft. Und, ja. Unser Leben geht halt noch mal weiter. Auch wenn es ein neues Haus ist. Auch wenn es eine neue Melodie ist, quasi. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und Tschüss. Tschüss.